mit diesen unschönen impressionen verabschieden wir uns jetzt aus bensheim das heißt ich muss noch 25 minuten hier warten habe jetzt gerade noch italienisch gegessen und es sind 50 noch 40 sondern vielleicht gerade mit 35 kilometer hier noch mal die hibokos aber es war ging schön also an die aus wo nicht dann noch mal sagen